Wir erleben gleich ein titanisches Titans-Theater. Ich bin der tödliche Sunnyboy. Wenn Blicke töten könnten, hätte ich keine Gegner mehr. Ich bin der wilde Mann, der euch kappnasend nass aussehen lässt. Ich bin der letzte Schrei. Ich werde so lange schreien, bis euch allen das Trommelfeld lag. Slammerlammer, wuhu. Und hier kommt die Gruftgebieterin. Und jetzt werde ich dich holen. Euch alle werde ich holen. Guten Tag, ich bin Victor Stone. Ich hoffe auf einen fairen Kampf. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Cyborg! Was soll das denn? Oh, Entschuldigung. Ich will nur versuchen, euch den Edelmut und die Beherrschung des echten Ringens zu vermitteln. Hey, ich wollte es ja nicht zugeben, Cyborg. Aber die Teen Titans sind viel besser als Zeichentrickfiguren. Kaum zu glauben, wie nahtlos wir zum Slapstick übergegangen sind. Endlich bin ich die Bürde und Anspannung seriöser Charakterisierungen los. Ich glaube, dass das hier jetzt die beste und endgültige Fassung der Teen Titans ist. Ich glaube, wir sind uns einig, das ist für uns eine Verbesserung. Trotzdem liegt noch eine Aufgabe vor uns. Eichhörnchen! Zerwandlung abgeschlossen. So besiegen wir das böse Mega-Eichhörnchen und retten die Nüsse von Snacktonia. Titans, schwingt euch in eure Jets. Ahoi, Landratten! Hier kommt unsere hammeraussehende Tamaranen Starfire. Sie trägt die Segel eines leider gesunkenen Schiffes. Werft mich über Bord, denn diese Meerjungfrau ist unwiderstehlich. Uiuiui! Und diese dunkelhaarige Dämonin mit ihrem supermodischen Palmwedel-Poncho ist einfach hingeißend. Nein! Ihr macht das falsch! Muss ich euch wirklich zeigen, was ich unter völlig nackt verstehe? Bitte nicht. Jetzt geht's los! Lockigkeit! Nein! Robin, hast du nicht die Sorge, dass deine käsige Haut von der Sonne verbrannt wird? Sonnenbrand verhindert man mit kühlem Schlamm. Ein natürlicher Sonnenschutz. Oh, seht ihr? Ein paar freundliche Blutegel saugen die Giftstoffe aus meinem Blut. Dankeschön, meine Herrschaften! Oh, wie wir sehen, haben die Blutegel einen Schwarm Moskitos angelockt. Oder anders ausgedrückt, mein Nachtisch steht bereit! Meine Proteine! Hey, Leute! Voll duftet! Einfach duftet! Wenn ich einen von euch Lahmtüten erwische, wie ihr meinen Style kopiert, dann mache ich euch fertig. Mach dich mal locker! Yeah! Sieh mal, Chip! Da ist der Verlierer! Yo, was geht ab, Verlierer? Ich weiß, ihr seid welche. Aber was bin ich? Gute Arbeit, Titans! Haha, reibungslos! Das Mega-Eichhörnchen ist platt. Wir sind die Champions. Wieder mal konnte die Gerechtigkeit siegen. In den Augen der Gesellschaft sind wir gerecht. Okay, also, das Training wird recht heftig. Ich werde euch an eure Grenzen bringen. Aber am Ende werdet ihr die Kraft des Tanzes besitzen und eure Füße werden so aussehen. Ja! Wollt ihr Tänzerfüße? Ja! Seid ihr bereit, euer Letztes zu geben? Ja! Dann zeigt's mir! Okay, das schaffe ich nie. Aber ich kenne einen, der es schafft. Aha! Oh! Oh! So fresh! Tja! Tja! Bam! Bam! Ja, Mann! Das ist unerwartet gut. Huuuuh! Fäustlos! Ta-ta-ta! Bauschige Ärmel! Yo, Freunde! Wir sollten uns eine Pizza holen und abfeiern, wie fesch wir aussehen! Oh ja! Fünf Stück! Extra Large, extra, extra Käse, extra, extra, extra Salami! Und ein großes Verhältnis der Limo! Und literweise Ranch-Dip! So fresh! Das war's! Das war's! Das war's!